Was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft, was läuft. Ich dachte erst, mein Hype wäre vorbei, ich dachte, ich muss jetzt gehen, alle, was passiert? Bruder, ich guck, das hat 100.000 Likes erreicht. Bruder, ich dachte mir, ich habe irgendein Musikvideo hochgeladen, Bruder, was ist los? Was ist los mit euch? Aber wisst ihr was, ich will jetzt auch gar nicht mehr reden. Ich habe Hunger, Bruder, ich glaube, ich esse jetzt was. Ganz ehrlich, ich habe miese Hunger bekommen. Haram. Wer ist das? Ja, was ist? Ja. Ich schaue gerade ein Video, was isst du da? Ich dachte, du musst fasten. Haram. Äh, ja, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, genau. Äh, Leute, ich wollte mir den Travis Scott, äh, Ding holen, äh, Skin holen. Ich habe es mir aber nicht geholt, wegen einer Sache, passt gut auf. Haram. Das kann ich nicht holen, da ist auch das Gleiche. Das geht nicht, das Haram. Ich würde sagen, wir fangen an. Oh, endlich wieder Fortnite. Überall nur Kinder, Mann, was bist du für ein Kind? Halte, wo landen wir? Bismillahirrahmanirrahim. Holy Hatches. Ach ja, viele fragen sich, Bruder, wo ist dein Mercedes jetzt eigentlich und so, wie ist das? Leute, ich habe den schon abgeholt gestern. Wenn ihr mir nicht glaubt, hier ist die Aufnahme, bitteschön. Aber ich glaube, die hat mich abgezogen, Bruder. Ich würde es kein Mercedes, irgendein Mofa, was die mir geschenkt hat. Ey, was ist mit meinem Internet? Ich habe, habe ich umsonst Internet geholt. Was ist das? Amuna, räume ich lege. Ich bin am Fasten, ich darf nicht beleidigen. Ich habe was gehört. Ah! Ich kann nicht bauen, es liegt. Ah, wie schlecht der ist. Wisst ihr was, bevor ich irgendwas mache, ich mache erst mal Iftar-Essen warm. Ich mache mir eine fette Dürre-Mamanirrahim. Töbe, töbe. So. Stabil, Bruder, stabil. Der sieht lecker aus. Ey, was ist los da drinnen? Ah! Mach raus! Das geht nicht aus! Das geht nicht aus! Aha. Ey, das ist stabil geworden. Ich hole das jetzt rein. Obwohl, warte, das braucht noch ein bisschen. Ich habe Schuss gehört. Wer schießt auf mich? Wer wagt es auf mich zu schießen, Mann? Ich habe gerade geredet wie Cymex, Wallah. Ich schäme mich ein bisschen. Ich muss wieder... Hä? Ey, Bruder, Wallah, du bist miese schlecht geworden. Ich dachte, du bist besser geworden. Wallah, ich werde miese wütend. Small, Mann, was laberst du, Bruder? Hör mal auf, ich will nicht beleidigen. Ich faste. Ich bin so ehrenlos. Ich habe extra für das Video eine Gurke im Mund gehabt und habe damit gekaut, Wallah. Jetzt sagen alle, Bruder, du hast Gurke im Mund. Dein Faust ist gebrochen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Holger, Bruder. Ich weiß selber nicht. Aber ich habe die nicht gegessen. Ich habe die nicht gegessen. Really, Nigga? Loll, da ist was kaputt gegangen. Ey, ich werde sterben. Ich habe nicht umsonst geübt. Ich bin hier allein. Es hängt, es hängt. Es hängt. Es wird gingen. Och, schaut euch mal das an, der Sonnenuntergang. Er ist so schön und himmlisch. Jilla, Mann, was interessiert mich Sonnenuntergang von einem Spiel? Okay, passt auf. Alle Gegner, die hier gerade sind, die werden jetzt sterben. Jetzt sagt ihr auch. Guck mal, was labert der? Der stirbt eh wieder am Anfang. Nein! Diesmal nicht. Wenn ich lüge, bin ich ein Fisch mit Ohren. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja. Zehn wird heute passieren, ob ihr glaubt oder nicht. Spaß beiseite. Wer ist dieser Junge? Wer ist dieser Junge, Mann? Ich habe den noch nie mein ganzes Leben gesehen in Fortnite, hä? Oh, shit. Ey, diese Kuchen. Diese Erdbeeren. Diese Kaffee. Oh, ich habe mies Hunger bekommen. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ich faste. Wen schießt du ab? Wen? Wen schießt du ab? Hier ist jemand. Bruder, warum sind alle so schlecht? Aha. Warum läuft der einfach? Weiter. Jetzt kommt noch einer. Ich habe mich selber gedöntet. Letzte Runde, bevor mein Fasten kaputt geht. Ich habe mich so blamiert in ganz Internet. Was? Coronavirus hat Fortnite erreicht. Ich wusste es. Was? Bruder, warum sind alle so schlecht? Ey, Spaß beiseite. Stopp mal kurz. Stopp mal kurz. Stopp mal kurz. Also, soweit ich weiß. Man kommt mit einer Lobby mit Leuten, die genauso gut sind wie du selber. Will dieses Spiel mir gerade sagen? Ich bin so schlecht wie diese Spieler, die gerade gespielt haben. Ich bin gerade in Schock. Allahu Ekber, la il haylallah. Ein Leben. Ein Leben. Aaaaaah. Scheiße. Was machst du da? Äh, gib mal Chak, Bruder. Äh, gib mal Chak. Bevor ich dir chak, ich kenne dich nicht. Geh weg. Geh weg. Cringe. Cringe. Einfach cringe. Meine ganzen Videos sind einfach cringe. Genau wie ich. Ich will einfach nur eine Runde spielen. Das ist nicht deren Ernst in Fortnite. Die machen mich in Lobbys rein, wo diese Spieler nicht mehr Spieler sind. Das sind keine Gegner, Mann. Mein Internet. Ich sterbe gleich. Guckt euch das an. Oh. Komm her, Mann. Auf wen schießt du? Auf einmal kommst du raus, ja. Ey, Mann. Mach mal langsam. Mach mal langsam. Ja, es hängt. Wo ist der? Komm raus, Dinger. Jawohl. Ein Hubschrauber. Kurva, so ist es meine. Was? Mein Händen. Mein Internet. So, jetzt reicht es. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Auf. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ihr habt es selber gesehen. Es hat geleckt. Ihr habt es selber gesehen. Ich glaube, mein Fasten ist gebrochen. Dankeschön. Danke, Fortnite.